Jetzt machen wir mal einen kleinen Rasen auf dem Fischdelpark. Ja, wisst ihr, da sind ja auch mal ein paar alte Leute, die sind mit der Schwebebahn auf dem Fischdelpark gefahren und wo das so über die Dinger drüber ging, da tat nur die alte Mama, huh, da macht das ein wenig Bauchkrabbeln, da will ich alle mal wieder runter machen. Und nachts sagt die noch so, »Ei Gott, August, was wär denn nicht bloß, wenn das Ding mal nur noch fehlt?« So, der Mom, brauchst du keine Angst zu haben, das Vorgall kriegst du bestimmt wieder.